Monitor, Maus, Tastatur... Ja. Der war noch so clever da. Die Mediabrechte haben da so einen Datenhafen oben, wenn da wurde Pressplatten rumgeschickt. Aber nur von Mediabend. Wechseldaten-Träger. Oh, noch 1 GB. 1 GB. Äh, 1 GB. Aber das kann ich auch noch rausnehmen. Ah, nicht 1 GB. Meins 1 TB. Nein, 1 TB. Ah. Ah. Ja, es sind 1.000 GB. Stimmt. Ich hab eigentlich keine Lust auf. Ich fahr 10. Was haben wir für ein Schiff? Ich hab gar nicht geguckt. Gut. 1 Radar, 2 Radar, 3 Radar. Musst du aufbeißen. Salem ist nicht weit. Wooster ist nicht weit. Ah. Not the sky is weit. Die Salem hat. Was waren es? Neun. Neun. Oder sowas. 8,49. Ja, und die Wooster hat auch nur noch 8 oder irgendwas. Ne, neuner. Ne, die haben es doch genug auf die Wooster. Naja, neuner bleibt jetzt ja. Ja. Ich dachte, die war weiter unten. Ich dachte, das war weniger. Ich dachte, die Salem war neuner und die Wooster war achteinhalb. Ach, ich kann mich schon irren. Ich hab da nicht so lange richtig zugeplotzt. Ich fahr die Wooster eh nicht gerne. Die fahren wir ja gerne. Aber ich mach halt eh den Charlie, die gerne machen nichts. Ja, so geht es mir auch. Also hinten tust du gut, aber... Ich weiß nicht. Die ersten paar Gefechte mit dem Ding waren wirklich genial mit dem Schiff. Aber dann ging es noch abwärts. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Was haben wir denn da? Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Ne, Hindenburg. Bremst die ab. Dreh die raus. Die dreht raus. Ich käme nämlich ran aktuell. Warten, wie sie noch weiter dreht. Mal gucken. Jetzt dreht die wo ganz raus. Ein C ist auf jeden Fall schon mal ein Stinker. Da ist Nebel, hab ich gesehen. Schimakase. Alle Stationen. Vorhören zum Erobern dieses Bereich. Bestätige. Ein Flachschiff gesichtet. Oh, hallo. Was ist denn das? Ein Friedrich der Große. Ach. Ne. Das geht an die Salem auf. Reload. Oh, jetzt geht die wieder zu. Das ist schlecht. Jetzt hab ich extra einen Reloader reingehauen. Ach komm, mach da nochmal auf das Ding hier. Warte, ich habe gerade den Reloader. Jetzt läuft der sinnlos aus. Na, wer hat denn die Salem da gerade aufgemacht? Ah, jetzt geht wieder alles zu. Ah, wir haben hier äh, 13, ne, 12, ach, jetzt ist es auf. Na toll, jetzt kommen wir mal ran, ja? Doch, jetzt kommen wir mal ran. Schau mal. Komm, Salem. Das muss jetzt zumbern hier. Zumbern muss das Rappi Zambi machen. Ja, 17.000 Laschgelden. Stimmen bestätigt. Ach, und die Wuster umschlepp hier ist ja geil hier oben gerade. Was toll, sind sie zu oder was? Ne, da. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Ich komm nicht ran, ich komm nicht ran, ich habe Berge. Ich wollte ja gerne. Wir sehen können vorher, aber. Wir sehen können vorher. Ah. Wuster, ne, da wuster. Ey, jetzt sind meine ganzen Mumpen im Berg geflogen, obwohl ich nicht ein Bergsymbol hatte. Das ist genau so ein kleiner Hügel da gewesen. Ich rat' ab, Alter. Das darf doch schon nicht wahr sein. Ich habe extra gewartet und geguckt, wie es läuft wird. Na, komm, jetzt machen wir mal ein Hard-Push hier. Oh, die Dien ist raus. GZ. Ein vernünftiger Schlag, ich hab's gesehen. Das ist der Kase. Ah, jetzt hat das Ding zu. Die Shima Kase, es hat gleich Freude, wenn meine Secondary losfeuert. Was ist denn, guck, die Wuster ist so gut wie tot. Die arme Salle. Jetzt hab, jetzt hab ich ein Bergsymbol gekriegt. Ach, hört auf, Mann. Ach. Falsche Seite entschieden. Ja, eindeutig. Komm nicht zu Schaden. Und jetzt könnte ich wieder... Jetzt ist aber... Reload drin. Ah, Alter. Das ist nicht normal, ja komm. Gebt Gas, Mann. Die Shima bleibt auch da hinten, die macht nix. Jetzt bin ich detected. Von was denn? Die Shima ist doch weg. Und mach's gut, der Booster. Jetzt hat der Kurfürst den vorher rausgenommen. Ich flippe ja ab. Ah, mein Reload ist wieder ready. Das ist doch wenn ich mal weiß. Ach, und jetzt dreht der ab. Ach, Mann. Was ist denn das hier grad für verkacktes Match? Ich raste ab. Ich raste ab. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. 5.000, Mann. Jetzt geht der Friedrich auf mich, hallo. Dämlich hier, oder was? Einmal in 8.000 gemacht. Und jetzt steht das Ding so breit und ich hab wieder Reload. Ach, hör doch auf zu feiern hier. Komm, lad nach, Schatz. Oh, was war denn da noch? Jetzt steht das Ding breit und ich mach 5.000 Ocken drauf. Es ist ein Witz. Da hinten schießt auch ein Kreuz auf mich und da geht's noch nicht mal auf. Doch, Hindenburg, geht auf. Na komm, Hindenburg. Zeig, was du kannst oder nicht kannst. Feuer auf gegnerisches Feueralarm. Das ist total aus dem Spiel hier, ey. Ich hab 50.000 Vertragesiege. Ich krieg ja die Krise. Ach, alles rechts und links vorbei. So, wie gesagt. Wir haben alle drei Caps. Ey, das ist ein schlechtes. Ich hätte auch nach A fahren so in die Richtung. Dafür geht jetzt dieser Skill drauf hier, den ich hab diese 25 Gefechte. Ah, das ist doch lächerlich. Ich hab noch nicht eine Säcke mit der irgendwas verloren. Dafür, dass ich mich so mal massiviert hab. Maschinenboost deaktiviert. Was? Ach, da geht sie doch wieder auf, die Hindenburg. Ah, toll. Immer noch so beschissen. Jetzt bremst sie ab, oder was? Ah, ich hab gleich noch mal Reloader. Wie muss noch mal alles? Bap, 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 bap. Ich hab nix mehr. Hm. Genau, zwei mal kannst du mit der Batterie schießen. Dann mach ich Schluss. Und alles wieder rechts, links vorbei. Auf 16 Kilometer. Eines ist doch zum Kotzen, ja. Versteh ich nicht, warum mein Mum so scheiße sitzt. Ja, eine Mum hat getroffen. Sehr schön. Eine verfickte Mum hat hinten bei uns war natürlich nix. Ach, B ist doch nicht weg. Ist alles safe. Ist doch nur der kleine Dachgen, der geht doch so früh auf. Das gibt's nicht. 50.000 lächerliche Schaden noch gemacht. Hallo Izumo. Hoffentlich knallt's bei dir jetzt. Schlecht kommen sie ja grad nicht, muss ich sagen. Sieht ganz gut aus. Und. 6.000. Ich krieg die Krise. wieder zu, wieder auf, wieder zu, wieder auf. Mein Boost ist gleich wieder ready. Nächsten Torbo reinhauen, komm. Maschinenboost aktiviert. Gegner hat ein Kreuzer entdeckt. Ne, ich hab auch nicht gehütet. Was will denn die verdammte Hintenbar jetzt von mir? Genau. Schießt eine Säure auf mich und ich brenne. Feuerler, Gegner hat das Schlachtschiff gesichtet. Das ist ja logisch. Gegner hat ein Kreuzer entdeckt. Noch ein Kreuzer. Wo? Ach, dieser Fitte mal weg, die Dunskei. Hallo? Alles dazu gelöst. Ich brauche Feuerunterstützung. 32 Kilometer. Jetzt bin ich mal gespannt. Dreh Tintenbargleich wieder ab. Das war so, das war so fucking klar, Junge. Ach, Mann. Und schon wieder ein Brand. Ja, na, ist klar. Ja, na, ist klar. Ich hütt die Drecksbute nicht einmal, ey. Und der trifft mich in einer Mumbe, weder macht mir gleich ein Brand rein. Ich liebe Wargaming dafür. Wow, ich durfte mal 5000 Schaden machen. Ach, die Izumo lebt ja doch noch. Komm, jetzt muss ich mal eine Zitadelle ratzeln hier. Nein, 1190. Warum eine Zitadelle? Warum? So, jetzt geh ich eh nicht mehr... Oh, jetzt ist ja unser Stinker raus. Das ist schlecht. Schnabbi, lebst du noch? Ja, ja, ich bin nur da. Ich bin hinten in einer anderen Ecke gerade. Ich bin da ein bisschen. Ach so, weil ich gerade nicht sehe, deswegen war ich jetzt so... Jetzt kommt es früh gleich um die Ecke zu. Hey, da fackelt mich hier alle 40 Sekunden an. Das ist nicht normal. Da fackelt mich hier alle 40 Sekunden an. Und ich habe wieder nur 2000 Schaden gemacht. Überleg dir das mal. Und schon wieder ein Brand hat er mir drei aufgehauen. Und ich kapier's nicht. Also ich schaff das mit meiner Hindenburg nicht. Er kann nicht machen, was ich will. Aber sowas schaff ich nicht. Ich hab keine Brände am Stück, Alter. Wieso ist das mit meiner Hindenburg nicht. Und deshalb ist das mit einer Hindenburg nicht. Da ist es mit einer Hindenburg nicht. Es ist nun der Weg. Wieder noch 5000. Und noch ein Brand hat er mir rein gezwubelt. Buss. Der Nebel ist von meinem Zerstörer. Ja, der war halt von meinem Zerstörer, der gerade gestorben ist. Alles in Ordnung, Alter, alles abgebreitet an dem Scheißer, sag mal, willst du mich verarschen, Mann? Fucking Wargaming, Wichser! Was ist denn das für eine Hintenburg, Mann? Und die Zoom aus Un-Un-Un-Unmöglichsten Winkel hält mir hier und zieht da durch, Junge! Was ist denn so lachhaft hier gerade, ey? Komm, lad nach hier! Ja, ich hau da i Sumo-Lächerliche 9000 rein. Ja, endlich, jetzt hab ich's auch mal angefackelt, die Scheiß sind Burg. Komm, mein letztes Halbe hier. Lad nach, lad nach, meine Fresse! Ja, endlich, ich hab'n weggewichst, den Wichser. Oh, das ist ja wieder ne Abendaufreiben für mich, Junge. Das ist, also, selbst zu erleben müssen, ich krieg' die Hintenburg nicht raus. Jetzt ist er zum Glück an der, an der Dingslang gebietscht, am Rand, der war auf einmal breit, da hab' ich noch mal drauf geöft. Oh, die Hinten! Ich war überrascht, da hat die Kika-Karte, ich hab' sie ja nicht jedes Mal gesehen. Mhm. Ich hoffe, das hilft doch. Mhm. Naja, da musste, da musste auch mal Glück haben. Ich hab' die Kika-Karte, äh, beim Erregel. Ich hab' die Kika-Karte, dann hab' die Kika-Karte, ich hab' sie ja nicht jedes Mal gesehen. Aber immerhin, ich hab' noch 112.000 Schaden, noch immer. Oh, oh, Kohl-First. Dreh ein. Ah, die Zoomer nicht gut gehittet. Jetzt kommt deine Chance. Nee, kommt nicht mehr. Das Gefecht ist vorbei. Ha, ha, ha. Oh, Alter, aber die Hintenburg. Also, die hier hat mich hier richtig gefistet. Ey, die hat mir alle 4 Sekunden Brand reingehauen. Ich hab' hier selber die Hintenburg, aber das schaffen tue ich nicht. Also, ich hab' wirklich manchmal Tana Vega Zündel zugefallen. Kurios.